Willkommen bei mir zu Hause. Ich sitze hier auf meinem Sofa, das haben wir selbst gemacht und wir gehen gleich zu unserer Garten. Da haben wir das Feuer alle angemacht, wir haben das Barbecue alle angemacht, das Fleisch ist drauf und wir gehen genießen von ein paar Tunes. Die erste ist Klenko, die geht über ein Battle bei Klenko in 1692 und das habe ich gekriegt in Schottland von einem Pipemäertje da. Danach machen wir ein paar Reels, das ist Pumpkins Fancy, das war die erste, das war noch ein Hornpipe, das war die erste mit Slides drin, die ich gelernt habe. Danach haben wir Crossing the Minch, die habe ich dann für Tanzers gespielt, auch wieder als ein Hornpipe, aber wir machen das ein bisschen schneller, wieder als ein Reel. Viel Spaß mit zu hören. Musik 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 Hey! Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.